So, da sind wir wieder zurück und heute widmen wir uns etwas anderem einmal, denn... Nämlich, ich möchte ja das Boot als Verkehrsmittel nutzen und möchte dadurch eine schöne Straße bzw. Schiffswege bauen, kann man sagen. Um... So, warum Sandstein? Warum Sandstein? Ich möchte das ein bisschen schöner machen, weil ich eben zu Tuchfahrten... Vielleicht eben später mit einer Brücke dazu... Genau, jetzt kann man dann schon so rüberfahren... Dann werden wir da links irgendwann eine bauen, jetzt bauen wir mal da rechts eine... Oder ist der Fluss eigentlich schon weiter? So... So... Das habe ich jetzt nicht, dachte ich hätte gesagt, den anderen Eimer... Ich denke mal. Mit 30 defendieren. Ich verstehe den Päsen. Erattend bl So. 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 Hatte es da keiner innen mehr? So. Aber okay. Wir sind genau am höchsten Punkt. Es war eh eigentlich so klar, dass ich genau da aufhöre. So. 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 Das war's für heute. Wir kommen da nicht drüber, über diese Schwelle. Wir kommen da nicht drüber. 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 Wir kommen da nicht drüber.